Guten Abend, Herzen Willkommen bei Gefragt.Jagd. Das sind die vier Menschen, die alle der Meinung sind, heute einen Jäger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Jennifer Klotz. Beim Handball spiele ich nur Kreisklasse, aber heute siege ich endlich in der Champions League. Hallo Jäger, mein Name ist Lars Becker. Als halber Finde liebe ich die finnische Sauna, aber der Einzige, der heute ins Schwitzen kommt, bist du. Hallo Jäger, ich bin Michael Hartmann. Keine Panik, der will nicht spielen, der beißt nur. Hallo Jäger, mein Name ist Britta Gramens. Ich bin Lerntherapeutin und dich werde ich heute so therapieren, dass du am Ende auch was gelernt hast. Das ist unser Team bis heutige Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich erstmal zu mir kommen und in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld für die Teamkasse erspielen, um dann mit diesem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer das gewinnt, geht automatisch durch ins Finale. Wer es verliert, fliegt raus und muss nach Hause. Beginnen wird heute Abend Jennifer. Guten Abend Jennifer, schön, dass du da bist heute. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das ist schon aufregend als Erste, ne? Ja, doch schon. Das geht gleich. Hartballerin bist du, habe ich gehört. Ja. Wo spielst du? In Lippstadt. In Lippstadt? Ja, bei Paderborn. Weißt du, wer aus Lippstadt kommt, aus dem Fußballbereich? Rummenigge. Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge oder die Brüder, ne? Genau. Damit verbindet man das irgendwie, ne? Ja, das Einzige. Ja, und Champions League hier, meinst du, weil Gefragt Gejagt so die Königsklasse ist? Ja, natürlich. Finde ich gut, sehr gut. Was machst du, wenn du nicht Handball spielst? Dann bin ich noch Studentin und schreibe gerade die Bachelorarbeit. In welchem Fach? Germanistik. Germanistik, okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir dabei haben heute für dich in der Gesamtsendung, aber erstmal in der Schnellrate-Runde, 60 Sekunden für dich. Jede richtige Antwort gibt 500 Euro. Ich drücke dir die Daumen und los geht's. Wie heißt Ian Flemings Geheimagent Bond mit Vornamen? James. Welcher Planet ist weiter von der Erde entfernt? Mars oder Saturn? Saturn. Wer war laut Forbes-Liste 2016 die bestverdienende Schauspielerin der Welt? Jennifer Lawrence. Super. Was ist bei Elefant klein und bei Flo groß? Rüssel. Das F. In welcher nassen Boys-Sportart ist Frank Otto deutscher Rekordnationalspieler? Weiter. Wasserball. Welcher See Nordamerikas hat die größte Fläche? Weiter. Oberer See. Wie viele Jahre dauert eine volle Amtszeit eines deutschen Bundespräsidenten? Drei. Fünf. Party in the USA ist ein Song von? Weiter. Miley Cyrus. In welchem Land hieß im Sommer 2016 der Staatsoberhaupt Johannesson und der Regierungschef Johansson? Schweden. Island. In welchem berühmten Gebet heißt es unser tägliches Brot gib uns heute? Vaterunser. Drogon, Regal und Viserion lauten in Game of Thrones die Namen der drei? Drachen. Ja. In welchem Land befindet sich das berühmte Museum Albertina? Weiter. Die Theaterbühne bezeichnet man auch als die Bretter, die was bedeuten? Die die Welt bewegen. Die höchste Zahl, die sich in der römischen Zeitschrift mit nur einem Buchstaben darstellen lässt, ist? Die Zehn. 1.000. M. 3.000 hast du. Sechs richtige. Guck mal, du bist ein ganz anderer Mensch. Das stammt dir schon bevor. Ja. Das Ganze. Ja. Du hast es doch gut gemeistert. Ja. Guter Anfang. Welchen Jäger sollen wir reinholen? Das ist mir egal. Ich habe vor allem Respekt. Okay. Aber keine Angst. Nein. Nur Respekt. Dann gehen wir die alle, vor denen du Respekt hast, mal durch. Ist es heute Abend der Quizgott Sebastian Jakobi? Seine Anzüge lässt er gerne schneidern, seine Kandidaten lässt er gerne schmoren. Oder ist es heute der Besserwisser Sebastian Klussmann? Unter den Klugscheißern ist der Student jetzt schon eine Style-Ikone. Das muss man leider sagen. Ist es der Bibliothekar, Gegenteil von Style-Ikone, Klaus-Otto Nagosnik? Er kann nicht mal einer Fliege etwas zu Leide tun. Das stimmt wirklich. Dafür trägt er eine. Oder ist es der Gigant Holger Waldenberger, der kleidet sich ja gerne so in Casino-Türsteher-Manier. Allerdings gibt es bei ihm selten was zu gewinnen. Wir gucken mal, ne? Ja. Ja, hier kommt der Jäger. Abwarten. Der Quiz bleibt persönlich. Herr Jakobi, guten Abend. Guten Abend, Jennifer. Hallo Herr Bommes. Hallo. Er war für so lange überlegt, war der starke Auftaktwitz. Ich habe ja hinter der Bühne stundenlang gewartet. Da konnte ich ja überlegen. Was war das gerade für eine komische Geste? Haben Sie den Jubel nicht gehört aus dem Publikum? Ja, ja, das wirkt. Das muss teuer für Sie sein, Herr Jakobi. Aber ich kann Sie verstehen. Zur Übersetzung, Jennifer, er ist neidisch. Okay. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Letztens hat er mal verloren und da hat er seine Brille nicht auf. Jetzt hat er sie wieder auf. So, wir wollen losspielen. Jennifer Klotz, ich habe sie schon bekannt gemacht, Herr Jakobi. Mit unserer Jennifer, die 3000 Euro sich erspielt hat schon. Mit einer, wie ich finde, respektablen Runde. Du kannst von dort, genau dort starten jetzt, um mit richtigen Antworten hier runter zu kommen. Du kannst auch eine Stufe weiter unten starten mit mehr Vorsprung. Das kostet Geld. Du kannst aber auch den Vorsprung freiwillig nach oben verkleinern. Dafür gibt er dir Geld. Was denn, Herr Jakobi? Sollten Sie tatsächlich auf Abstand gehen wollen, Jennifer, biete ich noch 1500 Euro. Mehr wird es tatsächlich auf der oberen Stufe. Da gibt es nämlich 10.000 Euro. Was meinst du? Ich schaffe, welchen Atem? Ich bleibe. Bleibst du bei 3000? Ich bleibe, ja. Dann machen wir das so. Ich wünsche dir alles Gute fürs erste Duell. Dein persönliches heute Abend und die Jagd beginnt. Erste Frage der Sendung hier kommt jetzt im Duell. Welche Oper stammt von John Adams? A. Reagan in Russia. B. Nixon in China. C. Kennedy in Berlin. Was hast du genommen, Jennifer? A. Aber ich habe Bauchgefühl. A. Reagan in Russia. Bauchgefühl schon? Ja, schon Bauchgefühl. Okay, das ist häufig die letzte Ausfahrt hier. Bauchgefühl. Alles fein. Was ist die richtige Antwort? Hoffentlich. Oh. Nee, es ist Nixon in China. Was sagt der Jäger? Nee. Da geht es um den berühmten ersten Besuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik, nämlich Richard Nixon. Das hätten wir uns dann auch ableiten können, aber danke nochmal. So, nächste Frage ab jetzt richtig, bitte. Ja. Welche deutsche Schauspielerin spielte bei Game of Thrones mit? A. Nora Tschirner, Sibel Kikili oder Maria Furtwängler? Ich bin jetzt verwirrt wegen spielte, aber was hast du genommen? B. B. Ja. Was ist die richtige Antwort? Ich weiß, dass er Game of Thrones guckt oder sich auskennt auf jeden Fall. Was sagt der Jäger? Ja, sie spielte eine Prostituierte, ich meine mit dem Namen Shea und ist dann von ihrem geliebten Tyrion Lannister umgebracht worden. Ich finde, tolle Schauspieler. Da bin ich Ihrer Meinung, ausnahmsweise. Ich gehe vor einem Tatort aus Kiel, da hat sie natürlich einen besonderen Stein im Brett bei mir, wenn sie in meiner Heimatstadt ermittelt, mit Axel Milberg, den ich auch klasse finde. So, genug des Persönlichen, weiter geht's mit der nächsten Frage. Wie heißt die wendische Fastnacht, das wichtigste und am weitesten verbreitete Fest der Niederlausitz? A. Kawum, B. Badon oder C. Zapust? Ich lehne mich richtig weit aus dem Fenster und sage, es gibt nur eine dieser drei Antworten, wirklich. Ja, ich hoffe es. Ja, aber ich hoffe, dass es die richtige ist, die du genommen hast. Was ist die richtige Antwort? Zapust? Ja! Es tut mir leid, liebe Niederlausitzerinnen und Niederlausitzer, falls es Zapust oder Zap... Zap... Nö, Zapust. Zapust, ich kenne es nicht. Was sagt der Jäger? Aussprechen kann ich das auch nicht, aber es klang am slawischsten von den ganzen Antwortlösungen. So, dann machen beide wieder den Schritt, aber wenn das so weitergeht, ist ja alles in Ordnung. Ja, dann... Jennifer macht das super, nächste Frage kommt. Du brauchst nur noch drei Richtige. Wie heißen die beiden Hunde, die Amber Heard 2015 nach Australien eingeschmuggelt hatte? A. Gum and Poo. B. Torch and Foo. Oder C. Pistol and Boo. Boah, was hast du genommen? A. Ich trau mir die Namen zu, aber ich bin mir sicher. Gum and Poo. 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 Was ist die richtige Antwort? Pistol and Boo. Wenn jetzt jemand reinschaltet, der uns die ganze Zeit Gun and Poo, Pistol and Boo, der denkt auf, wir sind nicht ganz dicht. Was sagt der Jäger? Woher wissen Sie sowas? Wer weiß denn das nicht? Ein Sack, ey. Ich. So, ja, nach weiß nicht du und ich auch nicht. Jetzt ist er da und du solltest bitte richtig sein. Wir können uns nicht auf sein Unwissen verlassen. Das versuche ich seit Jahren, es funktioniert nicht. Nächste Frage. Das war ein verstecktes Lob. Wer sich zu seiner Meinung bekennt, der zeigt was? A. Fahne, Wimpel, Flagge. Ah, jetzt wünsche ich mir immer den Herrn Klußmann mit seinem Sprichwort Legasthenie. Da könnten wir Fahne oder Wimpel bekommen, aber du hast erst mal Flagge genommen. Ich habe Flagge genommen, ja. Danke. Entschuldigung, dass ich das so... Ich habe schon alles erlebt. Hier werden schon Babys portioniert und das Leben war keine Blumenwiese. Was ist die richtige Antwort? Ja, Gott sei Dank. Was sagt der Jäger? Stark, Herr Jatoni. Ja. Ganz stark. Auch ein Jäger mit Brille findet mal ein Ei. Nicht schlecht. Nächste Frage kommt. Der Name welches US-Bundesstaates ist indianischen Ursprungs? A. Maine, B. Texas oder C. Nevada. Immer nochmal gucken, ob es eine Falle sein kann. Was hast du genommen? Texas. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Texas. Super. Letzte Stufe. Du hast es schon fast. Was sagt der Jäger? War in Texas zu einfach oder zu nah? Das ist natürlich vorher eine Provinz Mexikos gewesen, die die Amerikaner dann für sich gewonnen haben. Schlacht von Alamo hieß dann Tejas vorher und Nevada war ja schon ein spanischer Name und da dachte ich auch, das kommt aus dem Spanischen. Dann blieb nur noch Maine, was natürlich sehr englisch klingt, muss ich zugeben. Ich mochte das, wie Sie gerade bei Ihrer Erklärung so auf mich gezeigt haben, so nach dem Motto, wissen Sie ja auch, Herr Bommes, damals wie die Schlacht hieß und so weiter. Das meinte ich nicht. Achso, dann habe ich das mal für mich anders ausgelegt. So, du hast noch ein paar Zeile gewonnen, das ist super. Machst aber bitte jetzt Schluss, okay? Ich gebe mein Bestes. Das ist gut, das erwarte ich auch. Was kennt man als Kleidungsstück? Sarah Jessica Parker. So, Jägerlein, geh mal in dein Kämmerchen da hinten. Was hast du genommen? Den Parker. Den Parker. Was ist die richtige Antwort? Schön. Ja, natürlich, du hast es gut gemacht. Finale, Jennifer. 3000er, wer Lars kommt. So, Lars, weiter geht's hier. Herzlich willkommen. Hallo. Hat sie gut gemacht, oder? Denke ich auch. Ja, gleich mit dem Patzerchen da, Ihnen auch nochmal zum Nachdenken geschickt nach hinten. Aber war natürlich schön, mit dieser Parker-Frage und das mit Flagge zeigen. Also da kam sogar ich ins Spiel, mit meinem Wissen. Das war nicht schlecht. Du bist halb Finne, sagtest du? Ich bin halb Finne, genau. Meine Mutter war aus Finnland. Ah ja. Aber ich bin in Flensburg geboren und in der Wedemag bei Hannover aufgewachsen und wohne jetzt seit 10 Jahren in Berlin. Gut, dann hast du ja so ein bisschen mitöstlich gearbeitet, von ganz oben im Norden. Genau. So, wollen wir spielen? Eine Minute für dich, mein Lieber, gib mir viele Richtige. Die Zeit startet jetzt. Bundeskanzler und Bundesminister bilden zusammen die? Regierung. Welche ZDF-Show am Samstagabend moderierte Wolfgang Lippert vom 26. September 92? Wetten das? An der Küste welches Ozeans liegen die Städte Monrovia und Abidjan? Atlantische? Ja. Welche Himmelsrichtung ist auf einem Kompass genau mittig zwischen West und Nordwest zu finden? Nord-Nordwest. West-Nordwest. Welche Stadt hat mehr Einwohner, Hamburg oder Köln? Hamburg. Die Himmelsscheibe von Nebra, eines der ältesten astronomischen Artefakte, wurde in welchem Bundesland gefunden? Sachsen-Anhalt. Welche Krankheit wurde im Mittelalter schwarzer Tod genannt? Die Pest. Das Gewürz Kurkuma kennt man auch als Gelbwurz, Gelben Safran oder Gelben? Krokus. Ingwer. Wie viele Karten können einem Fußballer während eines Spiels maximal gezeigt werden? Zwei. Drei. Welcher Ex-Beatle hatte einen Hit mit dem Song Woman? John Lennon. Der Name welcher philosophischen Denkrichtung leitet sich vom lateinischen Wort für Nützlichkeit ab? Weiter. Utilitarismus. Der Tempel des Jupiter-Capitolinos war einer der bedeutendsten Tempel welcher Stadt? Rom. Hauptdarsteller in Catch-me-If-You-Can, Inception, Große Gatsby, weil Leonardo... Leonardo DiCaprio. Ich wollte es dir irgendwie noch hinschreien, aber 4.000 Euro hast du. Okay. Das war aber gut. Ja. Ja, finde ich auch. Wollen wir? Können wir machen. Ja, hier kommt der Jäger. Hey, Jakobi, zweites Duell gegen Lars Becker. Hallo Lars, sehr erfreut. Im hohen Norden in Flensburg jetzt Berliner und er kommt mit einer starken Runde. Noch besser als eben, die Jennifer. Ja, sehr respektabel, hat mir gut gefallen. Was machen Sie aus 4.000 Euro? Bei so starken Kandidaten kann ich Sie nicht weiter weglassen, also biete ich nur 400 Euro. Mhm. Ja, Risiko soll sich wie immer lohnen. 40.000. 14.000 Euro. Na ja, gut, immerhin. Was machst du? Traust du dich? Ich bleibe. Ich bleibe. Ich bleibe. Bleibst du? 4.000 Euro Lars Becker gegen Sebastian Jakobi. Die Jagd beginnt. Brille zurechtgelegt, ja? Passt. Welcher Papst drohte katholischen Mitgliedern kommunistischer Parteien mit der Exkommunikation? A, Pius der siebte, B, Clemens der sechste oder C, Innozenz der zehnte? Wen hast du genommen? Geraden, Pius. Pius. Was ist die richtige Antwort? Gut geraden. Mach weiter so. Alles raten. Das nervt die nämlich am meisten. Klasse. Die Erklärung kriegen wir bestimmt gleich. Was sagt der Jäger? Ich hoffe, wir kriegen die falsche Antwort. Na, das wäre noch schöner. Aber wenn wir schon die richtige Antwort kriegen, dann bitte auch die Erklärung. Das hätte sie gefreut. Ja. Meines Erachtens ist Pius der Zwölfte der Einzige, der in einer Zeit im Amt war, im Pontifikat war, in dem es die kommunistischen Parteien wirklich gab. War es der Zwölfte? Habe ich der siebte vorgelesen? Schämen Sie mich. Mach ich gerne. Später. Wenn Sie verloren haben und sich selbst schämen, dann komme ich dazu. Doppelschämen. Guter Auftakt. Zweite Frage kommt. Reinhard Selton, John Hassanji und John Forbes Nash Jr. erhielten den Nobelpreis für ihre Leistungen auf dem Gebiet der A. Basteltheorie, Spieltheorie oder Maltheorie? Beide schnell. Was hast du genommen? Das ist B. B. Spieltheorie. Ist das richtig? Top. Ist gut. Gefällt mir. Was sagt der Jäger? Wandert auch. Ja, John Forbes Nash auch noch die Grundlage für den schönen Film A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. So, nächste Frage kommt gleich rein. Die Nummer auf den roten Wechselkennzeichen für Oldtimer beginnt stets mit einer A. 0,1, 0,7 oder 0,0,7? Was hast du genommen? A geraten. 0,1? Ja. Ist das die richtige Antwort? 0,7. Was sagt der Jäger? Als einer von wenigen Jägern habe ich ja einen Führerschein. Ja, stimmt. Das ist 50, 50... 50 Prozent Quote, ja. 2 von 4. Er kommt ein bisschen näher. Es ist alles noch gut. Las weiter. Werner von Siemens konstruierte 1846 seinen Zeiger-Telegrafen aus Weißblech, Eisenstückchen, isoliertem Kupferdraht und A. Kartoffelsäcken, B. Schnapsflaschen oder C. Zigarrenkisten. Mein Gott. Was hast du genommen? Müsste C sein. Müsste. Ist auch? Fragezeichen. Du bist so gut, dass ihr alles wisst immer. Ich bin jeden Abend beeindruckt. Du musst ja eine Grundlage haben oder eine Kiste, wo das drin war. Achso. Guck mal, so weit habe ich gar nicht gedacht. Was sagt der Jäger? Ja. Was wir für Kandidaten hier haben, die wissen sogar was. Ja. Fing mit Raten an und jetzt ist er nur noch bei Wissen. Ja. Und damit sehr erfolgreich. Nur noch zwei für dich, Lars. Und dann hättest du es schon geschafft. Wer war's? Nero kam mir als erstes in den Sinn. Also, aber. Ist das die richtige Antwort, Nero? Super. Und damit bist du auf der unteren Stufe. Und es sieht nach 7000 Euro aus schon. Wir warten noch kurz. Was sagt der Jäger? Um jetzt seinen Schritt noch allenfalls zur Kenntnis zu nehmen und bitte Schluss zu machen. Hier kommt die hoffentlich letzte Frage. Walk the Dog und Around the World sind Figuren beim A. Wasserballett, B. Jojo oder C. Skateboard? Ja, was hast du genommen? Ich glaube, es ist Jojo. Walk the Dog, weil man hat es was wie eine Hundeleine oder was? Ja, ich glaube, dann läuft er auf den Boden entlang. Ach so, ja, genau. Der Jojo. Ist das die richtige Antwort, Jojo? Dann sind wir durch. Jojo. Alter, finde du. Schön, super. Lars ist durch. 7000 stehen. Michael kommt. Michael, guten Abend. Hallo Alexander. Es geht weiter. Wir haben 7000 Euro schon und zwei sichere Finalisten. Jetzt kommst du. Was hast du dir für die Schnellrate-Runde vorgenommen? Irgendeine Summe im Kopf oder? 500. Das würde reichen. Ich wäre zufrieden. Du wirst dann ein Angebot bekommen. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ich mache gar nichts mehr beruflich. Ich bin schon in Ruhestand. Ich komme aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe? Gebürtig aus Ostwestfalen. Ja, wo da? Minden, Nettelstedt, Lemko? Südlicher, südlicher. Ganz an der hessischen Grenze. Ein ganz kleines. Muss man nicht kennen. Okay. Wollen wir loslegen? Eine Minute für dich. Du wirst mehr als 500 bekommen, ich glaube. Die Zeit startet jetzt. Wie viele Mannschaften treten in einem Fußballspiel gegeneinander an? Zwei. In welchem Jahr fand die Weltausstellung Expo in Hannover statt? 2000. Welche Meisenart ist in Europa die größte? Weiter. Kohlmeise. Wie viele Vokalbuchstaben folgen in dem Wort Niveauunterschied nach dem V direkt aufeinander? Drei. Vier. In welcher Stadt starb Johannes Paul II.? Rom. Vatikanstadt. Den Nabel Schwabens nannte Architekt Paul Bonatz seinen Bahnhofsbau in welcher Stadt? Weiter. Stuttgart. Welcher Steward spielte den Old Shoe Hand in einigen Karl-Mai-Verfilmungen? Weiter. Granger. Wie heißt die Schwester von Charlie Brown? Weiter. Sally. Welcher Roman von Charles Dickens handelt von dem weisen Jungen Pip? David Copperfield. Große Erwartungen. Wie heißen die Verhandlungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zur Vereinbarung eines flächendeckenden Lohns? Tarifvertrag. Tarifverhandlungen. In welcher SI-Einheit wird die Leistung eines Holzofens angegeben? Weiß ich nicht weiter. Watt. Die Masse welches Planeten beträgt etwa 70 Prozent der Gesamt-Tausend. Es ist doppelt so viel, wie du wolltest. Aber schön gelaufen. Na ja, komm. Aber die gute Nachricht, es ist vorbei. Du gehst schon vor. Komm gerne vor. Hier kommt der Jäger noch schnell. Herr Jakobi, es geht weiter gegen Michael Hartmann. Zwei haben Sie schon durchgelassen. Ich bitte, dass das so weitergeht. So soll es nicht sein. Trotzdem, schönen guten Abend, Michael. Hallo, Herr Jakobi. Wir kommen mit 1.000 Euro und Michael wollte nur 500. Das heißt, er hat sich da schon übertroffen. Was machen Sie draus? Ja, es sind schon zwei im Finale. Ich kann nicht mehr allzu viel bieten auf der unteren Stufe. Ich würde sagen, 100 Euro. Ah ja. Besser bezahlt wird immer die höhere Stufe natürlich. 20.000 Euro. Oh ja. Was meinst du? Ja, ich nehme die 20. Ja? Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Es geht um 20.000 Euro. Ich wünsche dir viel Glück. Lass uns das bitte hier ganz in Ruhe jetzt nach Hause bringen. Die Jagd beginnt. Die 1. Frage kommt, Michael. Welchem Metal-Musikfest kann man in Uttenhofen beiwohnen? A. A. Records. B. A. Festival. Oder C. Arschkolio. Na, bitte. Was hast du genommen? B. Siehst du auch aus, als wäre das so dein Steckenpferd. Nee. Nee. Also weit weg. Alter Metaller. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Was ist die richtige Antwort? Ja, du bist ja gut. Gerade nur. Ich hatte erst gedacht, dass, ich glaube, das dritte gibt es wirklich, ist wirklich ein Festival, glaube ich, oder? Dass ihr sich mit Arsch wieder auskennt. Ja, ja. Wo ist das? Arschkolio? Muss ich mich doch, wenn ich jeden Abend hier stehe mit Ihnen. Was sagt der Jäger? Das war wahrscheinlich in Kiel. Auch richtig guter Jäger. Ich sehe schon, wir verstehen uns blenden. Ja, ich sag das schon. Wollt ihr alleine vielleicht? Denkt dran, ich bin auf deiner Seite. Ja, ja. Nächste Frage kommt. Das tut er immer so. Wie viel Speicherkapazität hatte im Jahr 1980 eine Seagate ST506 PC-Festplatte? A. 5 Megabyte, B. 300 Megabyte oder C. 2 Gigabyte? Na, das ist ja immer was. Was hast du genommen? A. 5 Megabyte. Meinetwegen. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Wusstest du, oder kann man es an den Buchstaben, ich kenne mich näher aus, mit sowas, kann man es ableiten oder wissen? Aus der Jahreszahl zu der Zeit war die Leistungskapazität da einfach noch weit, weit weg von heute. Ja. Gut, dann was sagt Herr Jakobi? Es wäre doch interessant zu wissen, welche räumliche Größe diese Festplatte hatte, um die 5 Megabyte zu erreichen. Weil man auch solche Handys hatte noch damals. Ich stelle mir das sehr groß vor. In der 80 gab es noch gar keine. Die Großrechner haben ja früher ganze Räume eingenommen. Nächste Frage kommt, beide sind auf dem richtigen Weg, 20.000 Euro wandern. Was haben Johannes B. Kerner und Harpe Kerkeling gemeinsam? A. Das Geburtsdatum, B. ein Helikopterschein oder C. die Schwiegermutter? A. Das Geburtsdatum, was ist die richtige Antwort? Haben die am selben Tag Geburtstag? Haben sie. Das ist gut. Klasse. Was sagt der Jäger? Also müssen wir nicht gemeinsam auf den Jakobsweg gehen, um das herauszufinden? Das wäre auch eine gute Antwort gewesen. Wir sind dann mal weg. Die nächste Frage kommt und dann sind Sie hoffentlich nachher bald wieder weg. Welches Tier lebt in Weißrussland? A. Der Grizzly, B. Karibu oder C. Wisent? Was hast du genommen? C. Das Wiesent. Das Wiesent. Was ist die richtige Antwort? Du machst das richtig, richtig gut. Er bringt euch zum Schotter. Was sagt der Jäger? Ja. So, es sind nur noch zwei und hoffentlich gehen wir jetzt schon auf die vorletzte Stufe. Welche Hafenstadt gehörte früher zu Österreich? A. Bastia, B. Danzig oder C. Triest? Wieder beide schnell. Ihr seid so sicher, habe ich das Gefühl. Was hast du genommen? Triest. Du sagst nicht so vorwurfsvoll. Ich mache die Fragen nicht, wenn es dir zu leicht ist. Nein, nein. Also nächste richtige Antwort bitte. Du schaust so verwirrt. Ja, ich bin nicht so schlau wie ihr. Daran liegt es einfach. Ja, das ist ein. Gut. Was sagt der Jäger? Ja, vor Triest hat die österreichische Flotte eine der letzten Seeschlachten der Weltgeschichte mit der Rammtaktik entschieden. Schlacht von Lissa. Stark. Sie wollen jetzt erklären, was die Rammtaktik ist, aber ich frage gar nicht. Benua. Ich will nur rechtfertigen, dass ich noch hier bin. Sie wollen mich ja mal rauswerfen. Es kommt jetzt hoffentlich die letzte Frage, dann bin ich beide Schlaumeier los hier. Und vor allem haben wir dann 20.000 Euro von Michael im Finale. Was gibt es schon mal bei Kaffee und Kuchen? Ah, Mainströmung. Jetzt kommen wir in Main-Qualitätsniveau. Mainströmung, Rheinmündung oder Donauwellen? Und das bei der letzten Stufe von 20.000. Ich schäme mich fast ein bisschen, es tut mir für Sie leid, Herr Jakob. Ja, ich empfinde es auch als Frechheit. Was hast du genommen? Die Donauwellen. Die Donauwellen. Haben wir 20.000 Euro im Finale? Haben wir. Herzlichen Glückwunsch. Super. Komm. Toll gespielt. Britta, komm, weiter geht's. So, Britta, jetzt können wir es komplett machen. Ja. Das war doch bislang eine blitzsaubere Nummer hier. Michael hat ordentlich für Geld gesorgt. Und jetzt haben wir dich noch. Wen therapierst du? Überwiegend Kinder. Okay. Kinder mit Schwierigkeiten beim Lernen. LRS. Wo machst du das? Wo lebst du? In Mettmann. In Mettmann? Ja. Samba in Mettmann. Ich habe dir wahrscheinlich immer darauf angesprochen. Gab doch mal einen Film mit. War das nicht mit Harpe Kerkel? Ja, ganz genau. Guck mal, das wäre deine Frage gewesen. Ja. Sollen wir? Ja, gerne. Eine Minute für dich. Die letzte Einzelrunde des heutigen Abends. Und sie startet jetzt. Aus welchem Land stammt der Original-Emmentaler Käse? Schweiz. Wie schnell darf ein Pkw mit Anhänger höchstens fahren? 80. 100. Doge nannte man das Oberhaupt der Norditalienischen Republik in Venedig. Und? Genua. Ja. Nach welchen griechischen Buchstaben ist das Schwemmlandgebiet einer Flussmündung benannt? Delta. Super. Wie lautete der oberste weltliche Herrschertitel im Osmanischen Reich? Äh, Sultan. Super. Welche englische Rockband besteht im wahrsten Sinne des Bandnamens aus Herumtreibern? Keine Ahnung. Rolling Stones. Die Blüten welches mediterranen Halbstrauchs werden zu Duftsäckchen verarbeitet und zu Motten abwehr eingesetzt? Labelgen. Welcher Fußballverein tritt zu Heimspielen in der Esprit-Arena an? Weiter. Düsseldorf. Welcher französische Opernkomponist starb 1875 mit nur 36 Jahren? Mozart. Jean-Spizet. In welcher Stadt am Rhein befindet sich das Schokoladenmuseum? Köln. Ja. Wer schrieb im 18. Jahrhundert den komischen Roman Tom Jones, die Geschichte eines Findlings? Henry Fielding. Nach welcher poindischen Stadt war das 1955 gegründete Militärbündnis sozialistischer Staaten benannt? Warschau, wolltest du sagen, ne? Du bist bei 3000. Wir können 30 glatt machen, möglicherweise. Oder du lädst noch ein bisschen was rauf da. Überlegst dir kurz, hier kommt der Jäger. Jakobi, Britta Gramens, die Vierte im Bunde, heute im Erfolgsbund. Schönen guten Abend, Britta. Hallo. Wir steuern aufs Schönste aller Finals zu und es ist hochpreisig schon und wir bringen nochmal 3000 hier auf den Tisch. 3000 bringen wir auf den Tisch, ja. Viel kann ich nicht auf dem Tisch lassen, weil schon drei im Finale. Auf der Sicherheitsstufe biete ich minus 2000 Euro. 25 durch 4. Ich finde, das ist ein herausragendes Angebot. Ja, finden Sie. Es ist auch schön, dass Sie das finden. Was bieten Sie denn nach oben? Ja, wir könnten den Betrag, der schon hinten liegt, fast verdoppeln. 25.000 Euro. 52.000 Euro. Bleibst du? Ja. 3.000, dann gehen wir auf die 30.000 zu und holen uns das jetzt hier. Auf geht's, Britta. Viel Spaß. Genieß es. Es wird gut. Die Jagd beginnt. Erste Frage lautet wie folgt. Wie heißt ein Werk von Arno Schmidt, welches als eines der schwierigsten literarischen Werke in deutscher Sprache gilt? A. Zettelstraum. B. Blocks Fantasien. Oder C. Papiers Visionen. Ach, wie lustig. Zettel, Block, Papier. Ha, ich hab's gecheckt, Herr Jakobi. Ich bin beeindruckt. Ja, sind Sie wirklich. Merke ich, wie ehrlich Sie das meinen. Total, ja. Was hast du genommen? Ich habe A genommen. Zettelstraum. Was ist die richtige Antwort? Stark. Erster Schritt. Gleich gemacht. Was sagt der Jäger? Karlauer, da sollte man sich nicht verzetteln. Oh, stark. Ja. Glückwunsch zu diesem wirklich starken Wortspiel. Mein Gott. Hier kommt die nächste Frage. Sie sagen, mein Gott. Wer geohrfeicht wird, der kriegt redensartlich 1A auf die Gabel, B vor das Messer, C hinter die Löffel. Was hast du genommen? C. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. So was, Martin. Was sagt der Jäger? Spätestens jetzt hätte sich Britta gewünscht, mein 25.000-Euro-Angebot auch anzunehmen. Machen Sie keinen Stress da um, Herr Jakob. Lass Sie hier nicht von seinem Psycho-Versuchen hier. Ein bisschen piken muss man die Kandidaten. Nächste Frage, bitte. Wer bot sich bei der Geiselnahme jüdischer Sportler während Olympia 72 in München als Austauschgeisel an? A. Norbert Blüm, B. Walter Scheel oder C. Hans-Dietrich Genscher? Wer war es? Ich glaube, Genscher. Was ist die richtige Antwort? Du weißt es sogar. Manche? Du glaubst es nicht nur. Du weißt es sogar. Du weißt nur nicht, dass du so viel weißt. Ja, genau. Super machst du das. Was sagt der Jäger? Wie man mit solcher Überzeugung glauben kann. Hervorragend. Ja, glaube, liebe Hoffnung. Jeden Abend überstrapaziert. Eine geistliche, könnte man sagen. Ja. Nächste Frage. Nur noch zwei, dann sind wir bei 30.000 und im Viererfinale. Was für ein Tier war der kluge Hans, der 1904 berühmt wurde, weil er angeblich rechnen und lesen konnte? A. Ein Pferd, ein Affe oder ein Hund? Was hast du genommen? Ich habe das Pferd genommen. Ich habe irgendwas mit Pferd im Kopf. Guck mal, da hätte man mich jetzt erwischt, weil der kluge Hans, hätte ich jetzt ganz stinknormal, der Affe oder der Hund. Aber der ist wahrscheinlich wegen Hans da, oder? Das kluge Hans hätte sich ja auch blöd angehört jetzt. Also je länger ich darüber nachdenke, wir haben halt nie genug Zeit, um mal über sowas zu reden in Ruhe. Und staune, Herr Bommes. So, ist es jetzt das scheiß Pferd da hoffentlich, oder was? Ja! Ich bin Neudeutscher, ich kenne den blanken Hans, aber nicht den klugen. Und den schönen Hans kenne ich, der arbeitet auch bei der ARD und spielt gut Golf. So, was sagt der Jäger? Ja, sehr gut. Hoffentlich kommt jetzt die letzte Frage. Was hat ein besonders mildes und süßliches Aroma? A. Chantal. B. Charlotte. C. Jacqueline. Ey, sag mal. Ich verweigere die Aussage. Ja, ich glaube, das ist mit Absicht heute, gegen Sie mal, Herr Jacoby. Da sind ja, das muss man echt sagen, da sind so drei, vier Geschenke heute, untypische. Drei, vier? Na gut, für Sie. Umso schöner wird das Finale gleich. Ja. Ja, das spielen wir gleich, denn du hast genommen? Äh, Charlotte. Ja, und das ist ja wohl bitte richtig, oder? Ja. Ja, und dass niemand fährt. Klasse hast du es gemacht. So, es sind in der Tat alle vier im Finale, 30.000 Euro. Wir sind im Finale von Gefragt, Gejagt. Und es geht hier für unser komplettes, angetretenes Viererteam um 30.000 Euro. Das ist schon mal sehr stolz, was ihr da heimgebracht habt. Und jetzt bitte ich euch wirklich sehr, das auch zu verteidigen. Erste Runde spielt nur ihr. Ihr habt vier Punkte Vorsprung, jeder hat seinen Punkt mitgebracht. Zwei Minuten lang, ihr habt euch für einen Fragenumschlag entschieden. Stelle ich euch diese Fragen. Wir brauchen Buzzer für richtige Antworten und auch für weiter. Einer muss die Verantwortung nehmen. Ich werde nichts auflösen, damit wir die vollen zwei Minuten auch nicht vertrödeln hier. Alles, was liegen bleibt, blenden wir für Sie ein. Und Sie können alle Finalfragen und Antworten direkt nach der Sendung auch im Netz abrufen. Seid ihr bereit? Ja? Verzettel euch bitte nicht. Klare, viele Antworten, denn ich glaube, er ist ziemlich heiß gleich auf euch. Euer Teil des Finals startet jetzt. In welcher deutschen Stadt steht das Schloss Bellevue? Berlin. Die Verurteilten ist ein Gefängnis-Filmklassiker mit Tim Robbins und Morgan? Freeman. Zu welcher Ordnung der Insekten zählt der schwarze Birkenblatt-Roller? Käfer. Welcher Partner stand Emma Peel in einer britischen Agentenserie zur Seite? Weiter. Chilo Nouvelle heißt das erste leibliche Kind von Brad Pitt und? Angelina Jolie. Die Summe aller Innenwinkel eines Quadrats beträgt wie viel Grad? 360. Welcher Schwede gewann 1983 mit 19 Jahren als jüngster Profi-Tennis-Spieler die Australian Open im Einzelnen? Björn Borg. In welchem Land an der Adria befindet sich mit den Ruinen von Butrint ein UNESCO-Weltkulturerbe? Weiter. Ist Hermes ein römischer oder ein griechischer Göttername? Römisch. Wie viele Spieler befinden sich beim Wasserball pro Mannschaft maximal im Wasser? Fünf. Wer schrieb den Science-Fiction-Roman Die Mars-Chroniken? Weiter. Wer spielt in Game of Thrones die Rolle des Jon Snow? Herrington Ticket. Zu welchem Land gehört heute die Geburtsstadt des Malers Albrecht Dürer? Deutschland. Wie nennt man den Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zu einem beliebigen Punkt der Kreislinie? Radius. In welchem Monat erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel der Erde den Frühlingspunkt? 21. März. Welcher Modedesigner wurde mit seinem Label Ed Hardy berühmt? Ed Hardy. Hat einen Hummer, zehn oder zwölf Beine? Weiter. Welche Ex-Frau von Mick Jagger wurde 2016 die vierte Ehefrau von Rupert Murdoch? Jerry Hall. Wer schrieb den 2016 veröffentlichten Roman Der goldene Handschuh über den Frauenmörder Fritz Honka? Weiter. Welche namhafte Rockband nannte sich 1964 nur für eine Single-Veröffentlichung The High Numbers? Weiter. Was bezeichnet ein Stück Stoff zum Saubermachen und salopp auch den Führerschein? Lappen. Welche Kette trägt man nicht um den Hals, da sie ein Datenträger und Massenspeicher ist? Das sind erst mal 13. Das Ganze wird jetzt noch mal kurz geprüft. Wir atmen alle durch. Ich habe die berühmte gute und schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist erst mal, dass ihr euch bei Radius eben in der ersten Finalrunde einmal vertan habt mit Drücken und Sprechen. Den mussten wir abziehen. Aber natürlich haben wir deinen 21. März natürlich gegeben, Michael. Ich glaube, er kam von dir. Der war durchgegangen. Das heißt, wir bleiben bei 13. Ich wollte es nur einmal noch mal sagen, dass sich keiner beschwert im Nachhinein. Aber das Problem ist ja, zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Jakobi, ich finde persönlich, Sie sind sehr glimpflich davongekommen mit einer 13. Sie auch? Das finde ich auch. Vor allem bei der Vorgabe von vier Punkten, die die Kandidaten schon hatten. Allerdings macht mir etwas Angst, dass die Sets ja vergleichbar sind und es ein, aus meiner Sicht, sehr musiklastiges Set war, was nicht meine Stärke ist. Wir werden sehen. Guck mal, da habe ich gar nicht drauf geachtet in der Hektik. Aber umso schöner, wenn das nicht Ihr Wissensfachgebiet ist dann. Zwei Minuten für ihn. Wir spielen seinen Fragenumschlag, der übrig geblieben ist. Wenn er patzt, seid ihr bitte da. Beratet euch kurz und setzt ihn zurück. Ja, also gut zuhören und immer noch mal die Beratungszeit auch nutzen. Sind Sie bereit, Herr Jakobi, für die letzte Jagd? Bereit. Zum letzten Mal. Die Jagd beginnt. Der Jäger ist Sebastian Jakobi heute. Er braucht 13 Punkte. Es geht um 30.000 Euro. Zwei Minuten auf der Uhr und die Zeit startet jetzt. Am Ufer welches Fluss ist, steht der Louvre? Fan. Barbara und Oliver Rose wurden in der Rosenkrieg gespielt von Kathleen Turner und Michael? Douglas. Das Kolibri-ähnlich fliegende Taubenschwänzchen ist welcher Insektenordnung zugehört? Schmetterlinge. Die Brüder Rick und AJ kennt man als Detektiver aus welcher US-Serie? Passe. Stopp die Uhr. Simon and Simon. Nee. Das ist recht ruhig. Entschuldigung, das kam so spontan. Sprengt euch ab, Leute. Es hat geklappt, aber nicht, dass ihr euch noch entzweit hier. Sehr gut, Britta. Ich freue mich. 1,42 für 11 und die Zeit startet jetzt. Welche Moderatorin heiratete Franyo Poth im Jahre 2004? Passe. Stopp die Uhr. Den holt ihr euch. Verona Feldbusch. Das ist richtig. Verona Feldbusch. Oh, da wird selbst mit 13 jetzt langsam noch viel interessanter. Ja, manchmal fallen einem die einfachsten Dinge nicht ein. Ein Viertel ist fast rum. 1,35 auf der Uhr. Sie brauchen noch 12. Die Zeit startet jetzt. Im Dezimalsystem werden die Zahlen durch wie viele Ziffern dargestellt? Zwei. Stopp die Uhr. Zehn. Zehn. Ja, das höre ich auch so. Wir sind bei der Ausgangsposition. 13 und haben eine halbe Minute glatt weg. 1,30 auf der Uhr. Die Zeit startet jetzt. Welche Schweizerin gewann 1997 mit 16 Jahren? In welchem heutigen Land Nordafrikas befinden sich die Ruinen von Sabrata? Sudan. Stopp die Uhr. Das ist gut und richtig. 1,22 für 13. Die Zeit startet jetzt. Ist der römische Papst katholisch oder evangelisch? Katholisch. Wie viele Löcher werden üblicherweise in einer Runde beim Profigolf gespielt? 18. Welcher US-amerikanische Autor schrieb den Roman Straße der Wunder? Passant. Stopp die Uhr. Nächste Chance für euch. Brauch ich jetzt eine Antwort? Steinbeck. Nee, John Irving. 1,11 für 11. Da müssen sie eine ausgeben nachher für. Los geht's. Die Zeit startet jetzt. Wer spielt in Game of Thrones die Rolle des Jamie Lannister? Passant. Stopp die Uhr. Du warst die Game of Thrones-Frau. Komm. Nikolaj Kosta. Landau. Der erste Nachname reicht schon. Waldau. Aber wenn Sie das schon sagen, dann nehmen wir Nikolaj Kosta. Was dahinter kommt, ist egal. Stark. Wir sind wieder bei 12. Ich habe so einen Respekt, wenn man diese Schauspielnamen alle weiß. Da bin ich voreilig. 1,07. Die Zeit startet jetzt. Zu welchem Land gehört heute die Geburtsstaat des Malers und Architekten Raphael? Italien. Welche Menge wird in der Mengenlehre mit einer durchgestrichenen Null symbolisiert? Nichts. Wie nennt man das kurzzeitige helle Aufleuchten eines Sterns am Ende seiner Lebenszeit? Wie heißt der italienische Modeschöpfer Valentino mit Nachnamen? Garavani. Atmen Delfine unter oder über Wasser? Über Wasser. Die als Michelle Robinson geborene Amerikanerin wurde spät... Obama. Michelle Obama. Welcher Kinderdetektiv von Astrid Lindgren heißt so ähnlich wie ein Journalist aus der Millennium-Trilogie von Stig Larsson? Kalle Blomkwist. In welcher Band spielten Eric Clapton, Jeff Beck und Jimmy Page gemeinsam? Pass. Stopp die Uhr. Oh ja, das kommt jetzt. Leute, holt euch den. Der wäre ganz wichtig. Vielleicht seid ihr bei denen? Ne, The Yardbirds. 29 und sie sind wieder da, Herr Jacobi. Bereit. Noch 5 und die Zeit startet jetzt. Welches Wort für einen sichtbar durchtrainierten Bauch bezeichnet auch ein Gebinde von Getränken... Waspred. Stopp die Uhr. Ein Gebinde von Getränkenbehältnissen. Sixpack. Ja. Oh, der kann es gewesen sein. Ja, aber sie müssen natürlich schnell sein. Das ist das Problem, ja. Das ist der Zwang in dem Sinn. Aber Waschbrett war es in diesem Fall nicht. 25 noch. Bereit. Die Zeit startet jetzt. Welcher englische Ausdruck bezeichnet trotz seiner Schreibung kein Wasserfahrzeug, sondern den Neustart eines Computers? Boot. Boot. Gegen welches Reich erzielte König Pyrrhus seine sprichwörtlich erfolglosen Siegel? Martin Zielke wurde im Mai 2016 Vorstandsvorsitzender welches börsennotierten Geldhauses? Deutsche Bank. Stopp die Uhr. Wer hat Zielke? Commerzbank. Ja. 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 Ich hatte vorhin schon bei unserem Team die gute und schlechte Nachricht, Herr Jakobi. Für Sie auch. Die gute ist, Sie haben noch sieben Sekunden. Die schlechte ist, Sie brauchen noch fünf richtige Antworten. Selber schuld. Ja. Ich? Nein. Ich bin selber schuld. Die Zeit startet jetzt. Welche Bezeichnung eines Bierbestandteils reimt sich auf Salz? Salz. Welches deutsche Bundesland hat die meisten Großstädte? Nordrhein-Westfalen. Über welchen weltberühmten Deutschen ist es vorbei, Leute? Ihr habt 30.000 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Eine ganz, ganz starke Leistung. Und es waren genau die genutzten Pazzer, ne? Ja, ich meine, die Kandidaten haben mich drei oder viermal, ich glaube eher viermal zurückgesetzt. Das war es genau. Es war natürlich auch mein Fehler bei Dezimal, wo ich an die Zahl 10 dachte, die zwei Ziffern hat. Natürlich hat das Dezimalsystem 10 Ziffern eigentlich. Aber wie immer, großen Respekt. Bei 30 ungefähr waren sie noch fünf entfernt. Da dachte ich, jetzt holen sie es noch. Aber nee, das habt ihr richtig, richtig ruhig und schön und toll gemacht. Und nett seid ihr auch noch. Und jetzt freue ich mich für euch. Und das war Gefragte Jagd für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder gewinnt. Guten Abend. Tschüss. Tschüss.